Hi, ich schmeiße mal meine Glaskugel an, beziehungsweise meine Cola-Flasche und, Moment, was sagt die? Wartet, ich glaube, ich kann sehen, Immobilien-Crash 2023, höchstwahrscheinlich. Warum, will ich euch auch erklären. Ich habe praxisnahe Erfahrungen, ich habe mit Immobilienmarktern zusammengearbeitet. Ich hatte vor kurzem auch noch eine Eigentumswohnung, die war komplett abbezahlt. Die hatte ich bereits im Jahr 2010 erworben und hatte die im März 2023 verkauft. Nee, 2011 hatte ich die erworben. Und ihr müsst überlegen, ich hatte die am absoluten Tiefpunkt sozusagen eingekauft und wirklich nahezu am Peak verkaufen können. Warum ich glaube, dass wir jetzt am Rande eines Immobilien-Crashes sind, keine Anlageberatung macht, was ihr wollt, will ich euch jetzt verraten. Bleibt dran, es wird interessant und los geht's. Also, ich will dir in diesem Video zwei Optionen aufzeigen. Also, du bist jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Situation, hast vielleicht eine Immobilie, denkst vielleicht dran, eine irgendwann zu erwerben. Und da habe ich ein paar Ideen dazu. Und zwar, wenn du gerade merkst, die Lebenshaltungskosten, die werden zu hoch, du kannst den Kredit kaum noch stemmen. Keine Anlageberatung, es sind nur meine Gedanken. Dann wäre es sinnvoll, wenn du deine Immobilie so schnell wie möglich, so schnell du noch kannst, verkaufst. Ganz wichtig. Wenn du die Immobilie bereits fertig bezahlt hast, musst du jetzt nicht unbedingt verkaufen oder denkst dir einfach, ja, wenn ich jetzt fünf Jahre später verkaufe, wäre auch kein Problem. Es ist okay. Das kannst du halten. Warum erkläre ich dir gleich alles? Dann noch Option Nummer drei. Wenn du eine Immobilie kaufen willst, würde ich aktuell einfach warten. Ich würde das Geld, das du angespart hast, nicht irgendwo parken, wo du kaum rankommst. Keine Risikoassets davon kaufen, auch keine Aktien davon kaufen, würde ich auch die Finger davon lassen, wenn du eine Immobilie in naher Zukunft erwerben willst. Das Bargeld, das du angesammelt hast, ist auch ein Asset, das ist auch eine Geldanlage. Ja, ich weiß, Inflation, 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 davon redet gerade jeder noch aktuell. Jedoch die Inflation, die wird vielleicht im ersten Quartal 2023 nochmal ein bisschen hochgehen. Aber danach dann höchstwahrscheinlich haben wir ganz andere Probleme als Inflation. Dann heißt das Wirtschaftskrise, dann heißt es Rezession, vielleicht Stagflation oder weiß der Geier was. Da kann was ziemlich Heftiges auf uns zukommen. Und pass auf, warum ich dir sage, du sollst deine Immobilie am besten gestern verkaufen, wenn du es machen musst. Die Zinsen, die sind jetzt gestiegen. Die werden vermutlich jetzt noch etwas weiter steigen. Und es wird wahrscheinlich auch vielen Leuten so gehen, wie in deiner Situation, die eben verkaufen müssen. Und wenn du jetzt einer der Ersten bist, die die Immobilie auf dem Markt rausklopfen sozusagen, auch unter dem Marktpreis am besten, das so schnell wie möglich weg ist, dann hast du den Vorteil, du bist vor allen anderen dran. Du bist vor allen anderen dran. Und so länger du wartest, desto mehr Leute kommen in prekäre Lagen, desto mehr Zwangsversteigerungen wird es geben und so weiter. Die Leute müssen dann das Objekt auf den Markt hauen. Und stell dir vor, du gehst dann erst eben mit deiner Immobilie rein zum Verkauf. Da verlierst du noch mehr an Wert als jetzt, was schon seit März 2023 bis jetzt Dezember 2023 abgebaut wurde. Du wirst aktuell wahrscheinlich nur verlieren können, wenn du siehst, du musst das Objekt verkaufen, weil du es nicht mehr halten kannst. Dann, warum ich denke, dass es sich alles im ersten Quartal größtenteils abspielt, nächstes Jahr, erstes Quartal, zweites Quartal, warum da richtig der Crash beginnt? Die Leute, die wissen aktuell teilweise noch gar nicht, was die nachzahlen müssen an Energie, an Energiekosten, an sonstigen Kosten für die Immobilie. Das mit den Grunderwerbs, mit den Grundsteuern ist noch in der Schwebe sozusagen. Ja genau, und soweit ich weiß, die Grunderwerbssteuer, die müsste nächstes Jahr auch noch ein bisschen ansteigen. Es wird sich alles dementsprechend negativ verändern. Und die Leute, die jetzt vielleicht mit niedrigeren Nachzahlungen rechnen, die haben vielleicht dann so eine Rechnung, die sie kaum bezahlen müssen, müssen auch die Immobilie noch auf den Markt schmeißen. Deswegen, wenn du verkaufen musst, mach es am besten so früh wie möglich. Aber denk dran, keine Anlageberatung, hol dir deine Informationen noch woanders bitte. Dann die andere Option ist sozusagen, deine Immobilie ist nahezu bezahlt oder du weißt, du kannst die Raten stemmen, auch wenn jetzt die Preise höher sind. Du willst sie vielleicht irgendwann mal verkaufen, aber willst jetzt nicht zu dem Preis loswerden. Ja, ich denke, Immobilien werden langfristig natürlich im Wert steigen. Ja, aber jetzt dann im Lauf des nächsten Jahres wird es erstmal richtig einen Crash geben. Und wenn du zu den Leuten gehörst, die eben sozusagen in der ersten Variante stecken, die ich vorhin erklärt hatte, hau es raus. Das ist besser, als wenn du es wirklich zwangsverkaufen musst und vielleicht nicht mal deinen Kredit zurückbezahlen kannst. Das wäre worst case. Das gab es alles schon mal. Zeige ich euch dann. So, und wie gesagt, wenn du in der Option Nummer 2 steckst, also du willst sie vielleicht irgendwann verkaufen, musst gerade nicht, kannst du alles stemmen, warte einfach, bis der Sturm vorüber ist. Die Preise werden wieder steigen, weil die Inflation, die wir jetzt haben, die ist sozusagen im Lohnsektor verankert. Die ist fest, die werden wir nicht mehr wegbekommen. Das heißt, es wird dann alles nach der Krise steigen. Es wird neue Höchststände geben, sowohl bei Immobilien, bei Aktien, bei Rohstoffen und so weiter. Es wird alles sozusagen nach dieser Krise weiter steigen und auch oben bleiben. Sticky Inflation. Du kommst hier nicht mehr weg. Das ist keine Temporary Inflation. No way. Okay. So. Nummer 3. Wenn du dir eine Immobilie kaufen willst in naher Zukunft, Gratulation, wenn du Geld angespart hast. Cash ist King. Cash ist auch ein Asset. Das ist ein sehr gutes Asset. Aktuell. Und lass dich nicht von Inflation, Inflation, Inflation irgendwie jetzt überrennen. Ich muss mein Geld jetzt irgendwo unterbringen. Die Inflation ist größtenteils gelaufen. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Deswegen lass es sein. Behalte dein Cash, wenn du innerhalb von ein bis zwei Jahren eine Immobilie erwerben willst. Warte drauf, bis der Markt fällt. Es wird ganz viele Leute geben, die dieses Video vielleicht nicht gesehen haben. Wenn du welche kennst, die die Immobilie verkaufen müssen oder die es eventuell erwischen könntest, schick dir das Video weiter. Klär die bitte auf. Klär die auf. Die laufen sonst lachend oder weinend ins Messer rein, je nachdem, wie die drauf sind. Und die Leute, die das dann jetzt verchecken, die Immobilie rechtzeitig rauszuhauen, die es sich nicht mehr leisten können. Dann gibt es Panikverkäufe. Es wird eine Flut kommen. Der Markt wird überschwemmt sein. Aber die große Masse von den Menschen haben alle gar nicht mehr so die Kohle. Und wenn du jetzt viel Eigenkapital hast, Cash ist King. Du bekommst einen Kredit bei der Bank ohne Probleme. Und diese ganzen Risikofinanzierungen, die jetzt dann alle wieder auf den Markt geschmissen werden, die können auch diese Immobilie gar nicht mehr kaufen. Das heißt, dass es dann sich so hoch geboten wird, so krass wird gar nicht mehr der Fall jetzt erstmal sein. Deswegen behalte deine Kohle. Bleib drauf sitzen. Bleib echt drauf sitzen. Und mach nicht den Fehler, dass du das irgendwie länger als einen Monat irgendwie fest irgendwo bindest. Du kannst da nicht agieren. Stell dir vor, du findest nächstes Jahr, sag mal mal im Juni, Juli, August, genau dein Traumhaus. Vielleicht zum aktuellen Preis, wie jetzt eben der Preispiegel ist, vielleicht 100.000 Euro günstiger. 100.000 Euro Discount. Und du kannst nichts machen, weil du vielleicht in Aktien gegangen bist und die sind auch noch gefallen. Die müsstest du jetzt mit Verlust auscashen eventuell. Oder du hast irgendwo für ein Jahr dein Geld verpflichtet vielleicht. Oder irgendeinen anderen Mister mitgemacht. Mach das nicht. Bleib auf deinem Geld sitzen. Ich will euch kurz erklären, warum ich mitunter dieser Meinung bin. Da habe ich was für euch gefunden bei Handelsblatt. Wir schauen mal ganz kurz da rein. Was erwarten Experten für Immobilienpreise und Bauzinsen? Nach Jahren des Booms sinken die Immobilienpreise fast überall in Deutschland. Wann wird der Boden erreicht sein? Noch im Sommer wollten es viele Marktbeobachter nicht wahrhaben. Seit dem dritten Quartal ist es Realität. Die Immobilienpreise in Deutschland fallen nahezu überall. Grund dafür ist der starke Anstieg der Bauzinsen, die sich seit Januar vervielfacht haben. Ne, vervielfacht haben, steht da. Und ich hatte auch mit dem ein oder anderen potenziellen Käufer bei der Wohnung damals die Erfahrung gemacht. Ich war wirklich genau am Peak. Kurz bevor es oder genau oben, wo es war, bevor die Achterbahn nach unten geht, habe ich verkauft. Genau davor. Also ich muss auch zugeben, teilweise ich habe es geplant, ja, aber es war auch einiges an Glück mit dabei, dass ich das genauso hatte abstoßen können. Das war wirklich, wirklich mega, mega gut. Und da habe ich dann auch gemerkt, Leute, die sozusagen in der Woche X die Finanzierung hätten bekommen können mit Zinsen, die ganz noch passabel waren. Ein, zwei Wochen später war das eine ganz andere Finanzierung. Das war eine ganz andere Hausnummer. Das war dann die Mörder-Mega-Risikofinanzierung. Was ihr auch nicht vergessen dürft, diese heftigen Risikofinanzierungen, die jetzt gemacht wurden, überlegt, die haben nicht diese mega langen Zinsbindungen. Und da werden jetzt, wie gesagt, die Dinger, die werden auf den Markt geschmissen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wartet noch, wenn ihr was kaufen wollt, wartet noch. Wenn ihr verkaufen müsst, wenn ihr wisst, dass es soweit kommen wird, tut es. Macht es jetzt. Macht es jetzt ohne Scheiß. Wenn ihr warten könnt, wartet. Und wie gesagt, die Inflation ist fest. Und ihr müsst einfach nur zwei, drei, vier Jahre vielleicht warten. Ihr könnt es dann dementsprechend gut verkaufen. Der Artikel hier ist jetzt von fluder.de. Da kann ich euch mal kurz anhand von 2008 von der Finanzkrise erklären, wie das ungefähr abgelaufen ist. Da könnt ihr euch das noch ein bisschen, sage ich mal, etwas mehr vorstellen. Wie kam es zur Finanzkrise 2008? Die Terroranschläge und die fallenden Aktienkurse der neuen Internetunternehmen? Um die Jahrtausendwende drohten, das Land in eine Wirtschaftskrise zu stürzen. Die Zentralbank FED, also das ist sozusagen jetzt auf die USA bezogen, aber können wir genauso jetzt auch Europa dann auch beziehen. Die Zentralbank FED wollte das verhindern und druckte seit 2001 immer mehr Geld. Gleichzeitig sanken die Zinsen. Noch was ganz kurz. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, bitte gib dem Video ein Like, einen Daumen nach oben. Das kostet dich absolut nichts. Das bringt den Algorithmus voran. Wir hauen dir jeden Tag mindestens ein, zwei Videos mit richtig coolem Content raus, der dich auch weiterbringt, der dich pusht, der dein Mindset verändert. Abonnier vielleicht den Kanal, drück auf die Glocke. Wenn du auf die Glocke drückst, verpasst du kein weiteres Video. In der YouTube-App kannst du das machen oder mit einem Desktop-Browser dementsprechend. Machen wir weiter. Dadurch konnten auch die Menschen mit kleinem Einkommen Kredite aufnehmen. Also so wie es jetzt auch hier war, wirklich die heftigsten Risikofinanzierungen. Die absoluten, wirklich Leute, die sich sowas nie hätten kaufen dürfen, haben wirklich die Kredite bekommen. Ich schweife schon wieder aus. Dadurch konnten auch Menschen mit kleinem Einkommen Kredite aufnehmen und Häuser kaufen, obwohl viele keine Sicherheiten vorweisen konnten. Ja, ich hatte wirklich Leute da, das müsst ihr euch jetzt überlegen, die hatten, um eine Immobilie von über 200.000 Euro zu kaufen, hatten die an Eigenkapital 5.000 Euro und noch Schulden dazu. Leute, auf was passiert ist dann? Auf Luft und Liebe? Auf Sand? Auf Treibsand? Ich weiß es nicht. Dann geht es noch weiter. Ja, dann gab es halt die Zahlungsausfallen von den Banken. Der American Dream war möglichst für viele wahr geworden. Die Kredite mit anderen besseren Produkten wurden in Wertpapier gebündelt und weiterverkauftes Risiko lag dann bei den Banken. Nach einiger Zeit hob die US-Lonbank die Leitzinsen an, macht jetzt sozusagen die FED und die EZB gleichzeitig, um sozusagen die Inflation zu bekämpfen. Müssen die machen. Ansonsten wird es dann irgendwann heftigst, wirklich heftigst. Dagegen wird es jetzt nichts lieber dieser kurze Schmerzzinsen anheben, als es jetzt weiterlaufen zu lassen. Und da steht jetzt dann auch, vielen blieb nichts anderes übrig, als die Eigenheim wieder zu verkaufen. Eine andere Sicherheit hatten nämlich viele nicht. Zunächst war das leicht, weil die Immobilienpreise noch bumpen. Das ist jetzt genau das, worüber ich euch aufgeklärt hatte. Punkt Nummer 1, müsst ihr verkaufen. Haut sie raus. Haut sie raus. Setzt sie ein bisschen drunter an, damit sie einfach schnell weg ist. Wirklich schnell weg. Weg, weg, weg. Schaut, dass ihr nicht auf Schulden setzen bleibt. Und er steht dann eben auch, der Ver... Moment, wo steht es? Genau. Desto mehr sanken Immobilienpreise im ganzen Land, also umso mehr Schuldner sozusagen das dann verkauft hatten. Ist ja logisch. Der verkaufte Immobilie brachte somit nicht mehr genug Geld ein, um die Kredite abzubezahlen. Ihr wollt nicht drauf sitzen bleiben. Wenn ihr wisst, ihr könnt euch das nicht mehr leisten. Oder noch gerade so mit Ach und Krach und es wird sehr, sehr, sehr großes Risiko. Haut das Ding raus. Haut es einfach raus. Macht euch keinen Betonsarg oder wie auch immer. Das wäre echt verrückt. Dann steht es auch, die Banken bekamen ihr verdientes Geld nicht mehr zurück. Ein Bankencrash folgte auf den anderen. Und es kann jetzt dann ein Bankencrash sein, der kommt parallel mit einem Kryptocrash. Ich sage nicht, dass Kryptowährung schlecht ist. Bitcoin ist cool, stehe ich drauf. Ethereum ist auch okay. Aber aufgrund dieser großen Gier, die jetzt da drin war und dieser Unehrlichkeit in dem Kryptosystem, kann es sein, dass da auch noch ein bisschen Säuberung ansteht. Das ist jetzt aber ein anderes Thema für sich. Und denkt dran, Leute, denkt dran, Leute. Passt auf, wenn ihr gerade eine Immobilie habt, die ihr euch kaum noch leisten könnt. Passt auf. Schaut, dass ihr nicht auf Schulden sitzen bleibt. Und wenn ihr mit einem Makler zusammenarbeitet, wenn ihr mit einem Makler zusammenarbeitet, ganz, ganz, ganz wichtig, diese Information. Hört jetzt genau zu. Das Beste kommt bei mir manchmal zum Schluss. Ich belohne euch, wenn ihr mehr Aufmerksamkeit habt als die TikTok-User, sage ich jetzt mal. Soll jetzt keine Beleidigung sein. Aber die Aufmerksamkeitsspanne sinkt insgesamt eh horrend. Wenn ihr mit Maklern zusammenarbeitet. Passt auf, dass die euch am Anfang keine Mondpreise versprechen. Es wird manchmal gemacht, damit sie dich als Kunden haben. Und du verlierst dadurch Zeit, wenn diese Makler Mondpreise ansetzen. Also ganz, ganz wichtig. Schau, dass du die Immobilie schnellstmöglich dann für einen realistischen Marktpreis verkaufst. Am besten drunter ansetzen. Kümmer dich selbst darum. Recherchier bei eBay Kleinanzeigen, bei Immo-Welt, bei Immo-Scout. Wie aktuell die Immobilienpreise sind, schätze es selbst ein. Lass dir nicht von einem Makler einer reden. Du bist Milliardär, nur weil du eine Bude hast. Das kann sich ganz schnell ändern. Und die wollen einfach verkaufen. Die wollen dich als Kunden haben. Wenn sie dich schon mal akquiriert haben, dir das ganze Exposé-Bilder gemacht wurden und so weiter. Und die sagen dir nach zwei oder nach drei Monaten, nach vier Monaten, oh, Herr, Frau, XY, was auch immer. Es wird leider jetzt nichts mit dem Verkauf. Wir müssen den Preis reduzieren. Dann ist es schon vorbei. Dann bist du mitten in der Krise. Du musst gucken, dass es schnell passiert. Das musst du auch kommunizieren. Du musst dahinter sein. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Verlass dich nicht auf den Makler. Verlass dich nie auf andere Leute bei so was. Mach es selbst. Ich habe es auch selbst gemacht. Ich habe das Ding selbst rausgeklopft, selbst die Bilder gemacht, selbst das Exposé geschrieben und so weiter. Alles gemacht. Das hat gepasst. Ich habe sie gut verkauft. Innerhalb von, ich glaube, fünf Wochen, um die fünf Wochen, hatte ich sie richtig gut verkauft. Das kannst du auch schaffen. Du brauchst, wenn du jetzt eine Wohnung hast oder so, in der Regel brauchst du nicht mal einen Makler. Wenn du jetzt eh dann denkst, ja, das wird jetzt dann knapp. Ich bin gerade knapp bei Kasse und so weiter. Du musst demjenigen nicht diese vier oder fünf Prozent geben. Kannst du dir in der Regel ersparen. Wichtig ist es, sei ehrlich beim Verkauf. Nenn alle Mängel, die du weißt, auch Dinge, die vielleicht der Käufer erst in ein, zwei Jahren bemerken kann. Sag das System auch mit. Nenne alle Wasserschäden, die es gab. Alles Mögliche. Mach das so gut, wie es geht. Was du nicht machen darfst, ist, wenn du ein Haus hast, bei dem teilweise Wegerechte vorhanden sind oder sonst irgendwelche Ungereimtheiten, die ein bisschen tricky sind. Ja, gibt es da einen Makler. Aber bei irgendwelchen normalen Wohnungen oder normalen Siedlungen, vor allem Neubausiedlungen, verkauf selbst. Du brauchst keinen Makler. Du brauchst keinen, du brauchst keinen, du brauchst keinen. Das kannst du selbst. Und die guten Smartphones jetzt hier mittlerweile, wenn du nicht ganz talentfrei bist beim Bildermachen, schaffst du das auch. Und zur Not hol den Fotografen. Gib dem 200, 300 Euro für die Bilder, die er macht. Und dann vertickt das Ding. Merk, das wird schon wieder zu lang. Ich habe da wirklich dieses Jahr richtig gut Erfahrungen gesammelt. Ich werde mit Sicherheit noch mal ein Video dazu machen. Bitte gib dem Video einen Daumen nach oben. Teile es an Freunde, die du magst, die gerade in irgendeiner von diesen drei Situationen sind, damit die nicht irgendwie jetzt dann, sag ich mal, finanziell ruiniert werden oder viel zu viel zahlen. In diesem Sinne, cool, dass du reingeschaut hast. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Video und mach's gut. Ciao.